Ich bin von Freiburg, Deutschland und für Love & Peace möchte ich meine... Chant. Ich möchte Chant... Ich möchte Chant... ... diese Mantra. Diese Mantra. Sehr gut. Ich möchte Chant diese Mantra. Ja, genau. Okay. Warte, jetzt wird deine... Warte kurz. Aber es ist egal, es ist nicht so laut eigentlich. Ist okay. Kannst du wieder vergessen. Ich möchte Chant diese Mantra. Nein, Chant. Ich möchte Chant diese Mantra. Diese Mantra. Okay. Ich bin von Freiburg, Deutschland und für Love & Peace, ich möchte Chant hier Mantra. Das ist Mantra. Alle guten Dinge sind drei jetzt. Ja, ja. Du kannst jetzt einfach Chant in der Zeit. Okay? Ja? Ich bin von Freiburg, Deutschland. Nein. Ich hatte es. Okay. Ich bin von Freiburg, Deutschland. Und für Love & Peace, ich möchte Chant hier nur Mantra. Jetzt Mantra Chanten. Was soll ich? Einfach Mantra Chanten. Hare Krishna. Soll ich sagen? Ja. Ja. Ja, also was Chant hast du denn? Ja. Ich soll das alles vorlesen? Genau. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare Hare. Ja, das Ganze ist super schön. Ja, das Ganze ist super schön. Hare Krishna. Hehehe. Hehehe. Hehehe.